Was für eine unglaubliche Energie. Hallo und herzlich willkommen hier in deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Gies und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast heute zu einer spannenden Folge mit den kosmischen News. Ja, kannst du spüren, es liegt etwas in der Luft, was unsere Bewusstseinsenergie in eine großartige Erweiterung bringt. Sei einfach offen für die Kommunikation mit dem Feld der göttlichen Intelligenz. Es scheint in dieser Woche eine regelrechte Toröffnung für erweiterte Kommunikation und Bewusstseinserweiterung zu geben. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass der aufsteigende Mondknoten, der ja für Bestimmung und Schicksal steht, diese Woche am Dienstag für anderthalb Jahre, also 1,6 Jahre, in das Zeichen Zwillinge wechselt. Für die Weiterentwicklung, wie es jetzt weitergehen soll, mit uns, in uns, ja, aber auch auf unserem Planeten, ist dies ein ganz entscheidender Tag mit all seinen energetischen Impulsen. Ja, und am Montag haben wir die Stiersonne, die sich ganz wundervoll mit dem Merkur verbindet und somit eine Neubeginnenergie freisetzt. Und am Donnerstag haben wir dann noch den Vollmond, welcher unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung sensibilisiert. Puh, ganz schönes Aufgebot, findest du nicht auch? Viele von uns, ja, spüren das energetisch schon total deutlich. Es fühlt sich an wie Magie. Alles ist so unwirklich. Und wenn wir dann noch die aktuelle Lage in unserer Gesellschaft mit berücksichtigen, dann frage ich mich wirklich, was für eine unglaubliche Kraft muss dahinter stehen. Und ja, es muss auch ein ganz klares Ziel angesteuert sein. Ich habe wirklich so das Gefühl, wir sollten dem großen Plan vertrauen und natürlich mithelfen, dass er sich verwirklicht. Was glaubst du? Es fühlt sich wirklich so schräg an alles. Das kann nur eine Kraft sein dahinter, die all das auslöst, weil es auf etwas ganz Bestimmtes hinlaufen soll. Ich spüre ganz deutlich zum Beispiel auch, wie sich Sinneswahrnehmungen bei mir freischalten, die bisher mit meinen herkömmlichen Sinnen nicht erfasst werden konnten. Es scheint fast so, als seien multidimensionale Sinne freigeschaltet. Auch ist mein Bewusstsein in der Lage, also Räume, Energien, Dimensionen, Frequenzen, also ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders beschreiben soll, zu erfassen, für die ich noch keine Worte habe, weil eine Entsprechung aus meiner dreidimensionalen Erfahrung fehlt. Ich möchte dich motivieren, dich für deine Erfahrungen diesbezüglich zu öffnen und deine Wahrnehmungen zuzulassen, sie nicht wegzurationalisieren oder zu analysieren. Ja, das stoppt den Vorgang sonst einfach so früh. Ich weiß, gerade wenn da sowas Neues auftaucht in uns, ja, dann greift der Verstand schneller ein, als uns lieb ist. Doch deine eigene Offenheit lässt den Prozess der Bewusstseinserweiterung immer wieder neu anlaufen. Ja, und dann irgendwann schaffst du es wirklich, das Neue, diese Wahrnehmungen zuzulassen. Stell dich einfach darauf ein, dass du Wahrnehmungen haben wirst, über die du mit niemandem sprechen kannst, weil Worte dafür fehlen. Nicht mal Selbstgespräche werden an diese, ja, werden hier anknüpfen können, ja, weil diese Wahrnehmung kannst du nicht mal dir selbst richtig in Worte fassen. Doch das Erfassen dieser Felder ist reine Magie, im Sinne der Faszination aber auch der Einwirkung deiner Energien in dieses Feld. In solchen Momenten wirst du verstehen, warum Wunscherfüllung in der Regel so schwer nach herkömmlichen Methoden ist. Denn du wirst spüren, dass sobald du connected bist, deine Herzensenergie in dieses Feld hineinströmt, um das zur Verwirklichung zu bringen, was wirklich für dich und dein Erkennen, dein Lernen, dein Erwachen, dein Seelenplan wichtig ist. Jetzt am kommenden Mittwoch gibt es eine spannende Folge, in der ich auf dieses Feld noch konkreter eingehen werde. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit deinen Erfahrungen diesbezüglich, wenn du schon welche hast, dann schreib es auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde ich mich total freuen. Ja, und bitte melde dich bei mir, wenn ich dir helfen kann. Und auch wenn du eine Ausbildung bei mir machen möchtest, wie zum Beispiel jetzt diese Woche, Freitag, Samstag, der Workshop Morphisches Feldlesen. Die Infolinks findest du wie immer in den Shownotes. Von Herzen das Allerschönste für dich. Deine Linda